Das ist Christoph. Christoph studiert internationales Management im dritten Semester an der Hochschule Makromedia. Sein Studium finanziert er aus drei Quellen. Zunächst erhält er 600 Euro BAföG im Monat. Zusätzlich erhält er 600 Euro aus einem Studienkredit der KfW. Nebenher jobbt Christoph in einem Marktforschungsinstitut und verdient jeden Monat noch 600 Euro dazu, in den Semesterferien auch mal mehr. In Summe hat Christoph so 1800 Euro pro Monat. Damit kommt er prima zurecht und kann sein Studium, seine WG und Lebenshaltungskosten finanzieren. Und für Partys reicht es auch noch. Ein KfW-Studienkredit ist super, weil ihn jeder bekommen kann, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Christoph hat ganze 25 Jahre Zeit für die Rückzahlung. Der Mindestbeitrag für die Rückzahlung beträgt gerade mal 20 Euro im Monat. Und die Rückzahlung beginnt erst zwei Jahre nach dem Studium, wenn er also schon gutes Geld verdient. Für Christoph eine prima Lösung. Er kann sich voll auf sein Studium konzentrieren. Er lernt in kleinen Gruppen mit hohem Praxisbezug und direkten Kontakten in die Industrie. Später dann hat er genug Zeit für die Rückzahlung. Ein erstklassiges Studium ist ihm das auf jeden Fall wert. Wir beraten Sie gern zu Ihren individuellen Finanzierungsmöglichkeiten eines privaten Hochschulstudiums.